Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Wollen wir ins Süden gehen? Da ist hier Auto und Boot. Also da wird ja der Rest auch irgendwie so. Er ist hier. Wir müssen irgendwas machen. Ja, ich würde ins große Haus wieder rüber gehen. Okay, hier raus, dann links. Nee, hinten raus ist doch blöd. Okay, er kommt von vorne. Ich bin noch drin. Ich mach vorne wieder auf. Er ist ja schon drin. Ja, ja, der hat doch die Axt. Das ist der Sch... So, ich bin jetzt wieder im großen Haus unten drin. Rennen jetzt wieder vom Keller hoch. Ich bin jetzt wieder im großen Haus und renn dann in das andere große Haus. Mach auch die Tür auf. Hätte ich aber sagen können, dass du die Flaregarn hattest. Hab ich nicht. Hattest du? Ja, ich hätte ja nur die Machete. Ach, immer noch keine Karte. Ich mach das Fenster links neben der Tür auf. Ja, komme. Ich mach das rechte Fenster auf. Keine Ausdauer mehr. Aber springen kann er noch, ne Fette. Oh oh. Ich würde sagen, hoch gehen wir nicht, oder? Er kommt von da. Hier ist eine Map. Er ist hinter mir. Hab man gebolzt. Hau ab. Ich gehe Richtung Süden. Gehe Richtung Norden. Ich habe leider nichts für dich. Nee, ich gehe nicht Richtung Norden. Ja, aber du kannst ja lieber laufen. Du brauchst jetzt irgendwas. Ich hab ein bisschen Ausdauer noch. Okay, ich gehe jetzt Richtung Süden. Das ist eine Haus, wo immer die Map... Nein, Quatsch. Wo, äh... Oh, er hat nichts. Jo. Er hat nichts. Ich bin tot. Ja, ich sehe es. Ich hab nichts mehr. Was ist er denn von mir? Geh weg. Deswegen. Das war doof, dass du da rausgerannt bist. Sonst hätte er mich gehabt. Er war ja direkt hinter mir. Ich musste ja rausklettern. Ach, da hättest du was gesagt. Dann hätte ich dir irgendwie noch geholfen. Ich meine, ich hätte auch keine... Du hast dich noch angeschossen. Und dann hast du gesagt, du gehst jetzt weg und ich soll in den Norden, wo alles eingeschossen hat. Ja, ich habe halt auch keine Waffe mehr. Was soll ich machen? Aber ich hätte irgendwie... Mir keine blöden Tipps geben. Worauf die Kacken sind. Dann bin ich Experte. Ja, das weiß ich. Er ist gerade mehr jahrelang. Doch, er war gerade hinter mir. Jetzt zieh die Mucke weg. Dann wird er wohl stalken haben. Ja, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, er fliegt. Oh, es wäre Tommy. Zumindest vielleicht gemusseln. Oh my God. Ja, sehe ich mich auch. So, ich bin jetzt bei den sieben Zwergen. Oh, jetzt ist er wieder hier. Oh, jetzt funktioniert es mit dem Heizball. Er ist bei mir, er ist bei mir. Mir egal. Jetzt will ich mich verarschen. Meinst du nicht? Hui. What? Ach, du dicke Sonnen. Bitte stirb. Bitte bring mich um. Es ist gerechtfertigt. Das Schnitzel muss weich gekocht werden. Gott, ey. So ein Trottel. Das hast du schon gemacht. Ich habe ihn geschlagen. Und natürlich bleibt er mit der Baseball-Coiler. Und er ist ja nicht der Schwächste mit seiner Schwungmasse am Holz irgendwo hängen. Oh, er hat mich geschlagen. Das geht. Ich schlage ihn. Aber er bleibt irgendwo hängen. Ganz ehrlich, mit den dicken... Da fühlt man sich auch irgendwie gar nicht angegriffen. Man will regelrecht, dass er stirbt. Ich habe keinen Erbarmen. Es ist einfach... Ja. Du hast es verdient. Nicht, weil du dick warst, sondern weil ich blöd warst. Du hast es verdient. Das klingt irgendwie falsch. So, also ich kann hier schon mal die Luft irgendwie rauslassen. Es sind noch 14 Minuten. Wo bist denn du? Unten rechts. Ja, unten links war ich. Ich würde mal alles zumachen, oder? Nö. Ich gehe hier wieder weg. Ich versuche, das vielleicht das Boot oder so klar zu machen. Wurde schon was gemacht? Ja, getankt beim Boot. Und da kommt die Fuse hin. Kann ich eigentlich ein bisschen mehr Kontrast in das Bild machen? Ach, hier waren wir, glaube ich, schon. So, oder? Und? Besser, besser, oder, das Bild? Ein bisschen mehr Kontrast, ein bisschen mehr Helligkeit, ein bisschen mehr Sättigung. Meine Güte, Kino-like. So, ich gucke jetzt mal bei den anderen. Oh, der Propelleur ist unterwegs zum Boot. Ja? Er ist angekommen. Oh, da unten ist die Fuse. Er versucht einzubauen, aber es ist der schwarze, also es wird wahrscheinlich nichts. Ich renne zu Fuse, wenn ich den Weg finde. Oder gehst du zum Boot? Nö. Da ist auch Jason. Er ist gerade bei dem anderen beim Paus begegnen. Oh, oh, der Propeller liegt jetzt da, der Propeller liegt jetzt da. Was soll denn das? Oh, er hat dem Paus begegnen. Auch der hat ein Messer gehabt. Okay, also er ist noch hier und bettelt die beiden. Hier ist das Telefon. Der Paus begegne halt jetzt die Knarre. Der andere hat das Boot. Das Boot startet gleich. Okay. Ich rufe. Ja, der mit dem Boot. Ich glaube, das kann man vergessen. Das ist der 8er. Jason part 8. Und der kann sehr gut schwimmen. Aber? Ja, irgendwie, aber, genau. Was macht er denn? Oh, er töte den anderen. Wenn er das jetzt nicht macht, hat er es geschafft. Alter, der ein Lack. Der schafft es echt. Das gibt es nicht. Der hat so ein Lack, er ist entkommen. Aber mit so einem Glück, ey. Er konnte Scheiße auch einbauen. Und er hat den Jason erwischt, der wirklich am besten tauchen kann. Aber er war gerade in der Kill-Animation. Tja. Shit happens. Also, es liegt jetzt alles an dir. Vier Minuten musst du durchhalten. Naja, ist schon ziemlich lang. Ja, sehr lang. Sehr, sehr lang. Guck mal, da wäre der Map gewesen. I know. I know that you know. Er ist noch nicht wütend, oder? Nee. Genau, verbarriker ich an den. Ich gucke mal auf der Übersichtskarte, ob ich hier irgendwo den Herren von Jasonil sehe. Erstmal nee. Nee. Bei dir ist er auch nicht. Ich gehe mal eins hoch noch. Das ist ein kleines Haus, ne, oder? Bist du auch nicht durch das Fenster gegangen? Vor allem, ich hab nur einmal Heilung. Das ist echt übel. Aber es sind nur noch 2 Minuten 50. Alles weg? Doch, lieber ins andere Haus, oder? Ja, ins andere Haus und das eher so als Notfallplan nehmen. Ich guck nochmal ganz kurz, ob ich ihn irgendwo sehe. Ist auch krass, wie so ein kleines Wimmelbild. Oder noch eins runter. Hier geht's. Ja. Er ist da. Brauchst die Türen gar nicht abschließen. Er ist eh, oder? Ist er wütend? Nee, er hat's aufgemacht. Er ist nicht wütend. Oder? Ist er doch draußen? Er ist nicht drin. Hab ich da gehört? Hätte gedacht, ich gehört hätte? Er hat eine Falle da vorne hingelegt. Oder irgendein Fenster. Ich hab's gehört. Ja. Oh Gott. So lange. Naja, 1,30. Ist nicht so lang. Okay, jetzt will er in die Mitte gehen. Du hast keine Heilung mehr. Du kannst nicht hier aus dem Fenster gehen. Er macht überall Fallen hin. Er hat überall Fallen. Jetzt zum anderen Haus. Das andere große Haus. Jawohl. Perfekt. Richtig so. Problem. Ruhig, du hast eine Falle. Hinter dir ist eine Falle. Er ist drin in der Falle. Er ist drin. Ich weiß, ich kann jetzt nicht raus. Hier kann ich nicht raus. Ich muss ihn hierher locken. Er hat daneben geworfen. Das sind noch 40 Sekunden. Nee. Lass die Zeit. Versuch ihn irgendwie zu betteln. Du darfst dir nur keinen Wurf einfangen. Das ist eigentlich eine ganz gute Position. Nur wenn er shiftet, musst du weg. Kannst eigentlich wieder zurück ins andere Haus. Oder ins Kleine nochmal. Alter. Da hat er dir die Schuhsohle aber doch gespalten. Sehr gut. Aber weißt du wo? Oh shit. Ja, oben. Und es ist sehr weit. Ja, du bist in die richtige Richtung unterwegs. Ja. Jetzt raus. Das werde ich nie schaffen. Von der Ausdauer. Du hast ein Messer. Mach langsam. Mach langsam. Nicht so schnell. Da hinten ist die Brücke. Ich sehe sie schon. Langsam. Du hast ein Messer. Du hast deinen Knaller. Alles gut. Ich muss mal kurz Speedy machen. Wie viel Ausdauer hast du denn? Hälfte. Oh, da ist er. Knall dann rein. Das kann ich so schlecht. Feuer. Kann ich nicht. Feuer. Jawoll. Ja, jetzt kannst du durchrennen. Ist egal. Der wird sowieso, wenn man grapschen. Hast du dir verdient. War sehr gut gespielt. Ui. Ui, ui, ui. Sehr gut runtergespielt. So muss man es machen. Du hast alle zurückgeguckt. Sehr gut gespielt. Bis zum Schluss noch durchgehalten. Vielen Dank. Ein Lob aus deinem Munde. Gibt es ja nicht. Ja. Vor allem, weil ich gestorben bin. Zu Tode geknuddelt. Na, ich bin ja eigentlich auch gestorben. Und zwar als Zweite. Ja, aber ich finde ganz ehrlich, die Dicken, die sind, die beiden Dicken sind echt die allerschwächsten. Die sind halt sehr, sehr gut beim Einbauen, aber ansonsten kannst du die echt in der Pfeife rauchen. Aber okay, ich steige auf. Level 103. Es geht in die finale Phase. Was? Level 103? Ja, du brauchst 108 und dann hast du nochmal ein paar Kills, ne? Oder darfst, ne, die Waffen darfst du wechseln, glaube ich. Ich glaube 123 oder sowas. Ne, es gibt auch 108. Ah.